Moin, moin G-Tester und herzlich willkommen zu einer neuen Folge G-Explained hier auf G-Tester. Ich möchte euch heute einen sehr, sehr praktischen Jagdbegleiter, Jagdhelfer vorstellen. Und worum es gleich geht, das seht ihr gleich. Ihr kennt es alle, ihr seid auf der Jagd, ihr habt gerade ein Stück erlegt und wollt es aufbrechen. Deswegen greift in euren Jagdrucksack, was passiert? Euer Messer ist stumpf. Beim letzten Mal vergessen zu schärfen. So, die nächste super Schleifmaschine ist gerade nicht erreichbar, beziehungsweise habt ihr natürlich nicht dabei. So, deswegen, was fehlt? Klar, ein kleiner, praktischer Messerschärfer für den Jagdrucksack. Und das kann dieses kleine Ding hier von Farmland. Es hat zwei Seiten, einmal eine Seite mit Capit für den Vorschliff und eine Seite mit Keramik für den Feinschliff. Das heißt, wenn euer Messer demnächst mal wieder etwas stumpfer ist und ihr nichts, ich sage mal, Professionelles zur Hand habt, dann kann dieses Teil hier euch richtig helfen, weil dann kriegt ihr euer Stück Wild auch schnell aufgebrochen und vor allem mit einem scharfen Messer. Das Ding kostet 6,90 Euro. Darf in keinem Jagdrucksack fehlen. Ist für jeden was. Und ja, schaut mal vorbei. Macht Spaß. Und wenn ihr Tipps zum Messerschärfen habt oder auch coole Ideen oder coole Produkte kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Mal hier wiederzusehen bei Geertester Explained auf Geertester. Geertester Explained Geertester Explained Geertester Explained Geertester Explained Geertester Explained Geertester Explained